Ja, das ist keinem Sinn mehr. Was soll ich denn sagen? Wir alle sind am Arsch. Außer Michi. Sieben. Jawoll. Ne, ne, ne. Nimm die neun. Die neun. Die neun. Stimmt. Die sechs hat er auch noch. Halt, halt, halt. Michi, wie viele Karten hast du? Zwei. Dann kann ich mir einfach hier irgendwie... Ne, da hast du es wieder. Das war so mit eins. Zurück im Mops. Hast du noch was? Nö, außer... Irgendwer tauscht Holz gegen Schafe. Dann nicht. Elf. Vier. Yay, Getreide. Ich kann die Siedlung bauen. Ein Schafo. Ja, ich bin fertig. Tubbles kanns machen. Ob man da Getreidequelle... Oh, heftig da unten oben. Ja, eigentlich wollte ich hier so lang bauen. Aber das hat mir ja Michi versaut. Und Tubbles. Vor allem Tubbles. Sieben. Tubbles darf den Vanipen umsetzen. Mensch, guck mal einer schau. Ich kann nur sagen, ich hab nicht eine einzige Ressource auf der Hand. Das sagt er jetzt auch, ne? Hab ich wirklich. Oh, ich hab sieben Karten, dann krieg ich doch den, oder? Ne, ne, ne. Sieben Karten ist okay. Hättest du die Hälfte abgeben. Ah, okay. Und ich hab eh nur 6. Die Hälfte an Tubbles abgeben, ne? Jo. Ah, es ist dir ein Feld aus, Tubbles. Stopp. Sonst darfst du dir eine Karte von Palteklauen. Ein gutes Schaf. Ein schönes Schieb. Ja. Mach's nochmal? Ne. Wie? Ich kann dir nichts machen. Hier sind die Würfel. Ja. Jawoll. Eine 5. Holz. Ein bisschen Holz bitte. Eisen. Und Holz. Das finde ich asem. Äh, hat er irgendwann Getreide? Was willst du denn haben? In Unwengen, ja. Äh, was willst du, was gibst du dafür? Ich hab so viel, dass wir die Schafe alles weggefressen haben. Äh, zwei Schafe? Ne. Du hast da ein Eisen? Ich hab ein Eisen, ja. Aber eigentlich brauch ich das auch selber. Also zwei Schafe, ein Eisen. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ich brauch keine Schafe. Ja, okay. Dann mach ich dann. Aber ich war ja dran, ne? Dann könnte ich aber nichts weiter machen. Okay. Ein Elf! Jaaa! Endlich! Ein Holz! Ein Holz! Und zwei Eisen sogar! Ein Zauritsch! Bei? Achja, stimmt! Jaja! Jaja! Ein Wagen, das ohne Stadt. Ich hol mir erst... Ich shoppe mir erst mal ne Entwicklung. Toll. Hast du ja richtig gerollt. Hast du Holz oder Eisen, Palte? Ich könnte Schafe gebrauchen. Ich hab keine mehr. Ah, okay. Ich baue ne Straße. Ich weiß noch nicht wohin. Eigentlich ist das eindeutig. Okay. Machst du sonst was? Nöööö. eine 9 perfekt ich hab's auch mit dem scheiß 9 9 habe ich ja mein getreide so also ich hätte ein eisen oder ein holz was ich tauschen würde wenn einer mir was gutes bietet ich nehm alles bei schafe für ein eisen bei schafe gegen ein eisen wird es noch ein leben drauflegen dann mach ich noch nicht das macht keinen sinn ein leben gegen ein eisen würde ich machen hast du noch was das du drauflegst dann würdest machen ja hier kannst du das schaf haben auja und dann brauche ich gleich eine straße die abgeschnitten auch das damals bist weihnacht das ist auch älter schwede heftig ja schade ich hab doch wieder das eisen was ich vorher brauchte ach so du hast genug oder was? ja ok machst du denn was damit? ein 3 oder ein leben möchtest du tauschen? könnte zwei eisen geben oh ne ich würde ein eisen gegen ein leben machen das würd wir machen ok jo das wärs caps und oh das ist richtig viel with the horaust hate mit mehr holz und GetrEide bei mir auch bei mir auch alles außer leben hoffen wir erstmal eine entwicklung und wir leben leider nicht alles anbieten musste nur zehn würfel mir leben das leben hat ein bisschen knapp was würde es doch das nicht an der küste du hast doch so viele ressourcen du brauchst nur eine straße bauen und eine siedlung ne ne du musst zwei straße bauen weil das ist zu knapp obwohl hier würde eine reichen ach so erstmal ne erstmal würfel ja warte 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 ich äh ach so noch eine entwicklung mhm ok perfekt das wärs sechs eine sechs ein holz zwei getreide geil wieder sechs Da spielt mein Spiel gerade Ich beklau dich, Michi Schon alle gezogen? Ja, wir hatten hier den Hafen gerade geklaut Hä? Was passiert hier? Ja, irgendwie, was stimmt hier gerade bei mir nicht Dann mach mal kurz nichts am besten Ah, jetzt gehts wieder rauf Hast du jetzt alles gezogen, Michi? Immer noch nicht, Alter Bei 6 kann er viel ziehen halt, ne? 2 Holz, 2 Weizen Kann ich mir jetzt was ziehen, Michi? Ja Hä? Aha Hä? Perfekt Achso, du hast jetzt eine genommen, ne? Ja Du brauchst bestimmt mal mehr Getreide, oder? Ja, aber ich kann nix tauschen Äh, du bist dann auch... Ja, ist die Gefahr zu müssen bei mir, ich muss die sowieso Ob du bist... Weißt du die Karte? Ja, ich hab grad die Würfel rausgegeben Ah, ok Und keine 7 Und keine 7 Kommt 10 Und 9 Ah Ja, ne 10 wär mir auch lieber 9 Ja Ja Brauch wär Getreide Ja Ja, aber ich kann nur einen Eisen anbieten Mach ich Fuck Außer einer bietet was mehr Ja, ich kann nur einen Schaf anbieten Mach ich auch Ja Ja Getreide gegen ein Schaf Ja Cool Weißt du hier die Getreidekarten aus dem Play-Up-Feld Bubbles, hier, dein Getreide Mensch So Dann shoppe ich mir erst mal 2 Eigenen-Karten Ja Danke Ich weiß nicht, wie hakelt das hier grad alles bei mir Ja, dann mach doch kurz nichts BC macht irgendwie Mist So Was hab ich denn jetzt vertan? Vielleicht sieht er bei Steam-Updates oder so Nee Aber dein Ping ist eigentlich auch in Ordnung Stranke Verdammt Ich weiß nicht, ob ich beide Getreide abgelegt hab oder nur eins Ich glaub ich war nur eins Dabbelst du bist dran Da haben wir auch zuviel Karten aufhören 11 11 11 Geil Tables ist der Best Holz Endlich Eisen und Wund Ja Siedlung Oh Siedlung Hä? Geht doch gar nicht Da hin Ah Das macht natürlich Sinn Wenn da grad noch der Bandit ist, wo ich... Tables denkt in größeren Dimensionen Und wittert auf die Zehen, weil er dann den Jackpot knackt Ja Meinst du? Machst du sonst noch was, Tables? Ähhhh Nö Ja, bei der Zehen räumt Tables richtig ab, ne? Ja, das stimmt Michi, geht's bei dir oder soll ich für dich würfeln? Ah, Seite, oder? Ah, mach du mal lieber Gut Michis Wurf, ich bin nicht schuld, es ist nicht ihm schuld 10, 10, 10, A 7 Oh, moll Da wird's Bei lauter Frust wird mein Dorf geflutet Okay Halt, warte, warte kurz Achso, ja Willst du bei mir was klauen, dann warte kurz Jo Äh, jetzt möchte ich die beiden Dings raus Kannste Halt So Jetzt geht's weiter Also Entwicklungskarten kann ich so viele spielen, wie ich will, ne? Ja Die du in der Runde davor gekauft hast Okay Joa Mach ich mal zuerst den Besser Bitte? Mhm Das ist jetzt Michis Karte Heftig Warum sitzt du mir? Hört Michi fast gewonnen Eigentlich egal wohin Für ihn nur noch zwei Punkte Keine rausgenommen? Achso Äh Ne Du hast ein Schaf hier hingelegt Das war wahrscheinlich deins Ja, stimmt Ja, das ja Oder? Ach nee, das war Äh Du hast schon wieder keine genommen Ja, warte, deine Hand war hier Das wär ein Eisen gewesen Das muss deine gewesen sein, Michi Keine Ahnung, wo du die sonst her hast Äh, ich bau auf'n Fall Äh, ne, warte mal, ich hab noch ne Die hab ich noch Äh, zwei Rohstoffkarten ihrer Wahl vom Vorrat Mhm Mh Freileben Mhm Aussehen Ich schieb sie dir rein Ja Ja, wir haben mal zu viele Karten Schon über 15 Och, schau Soll ich rausziehen einfach Soll ich rausziehen einfach Mach die Hand weg Sag einfach, wo du die Straße hinhaben möchtest Wollt ihr noch mehr auseinander rein Sag da ein Mhm Hier noch ne Siedlung bauen Nee, kannst du nicht Oben an der Küste Nein Ah, ne geht einer Oh ja, stimmt Hättest du hier die Straße setzen Die können jetzt hier auch ne Siedlung Jetzt ist zu spät Oh ja Okay, hab ich schon Hier passt Vielleicht kann er ja noch ne Straße bauen Ja, aber er kann auch ne Straße bauen Was ablenkt mit diesem Mist hier, ey Ja, Straße Wo hättest du sie gerne? Da? Oder hier drüben? Ah, hier bin ich safe Da bist du aber nicht am Hafen, ne? Ah, ist richtig Noch wieder ne Hafen Da bist du am Getreidehafen Kann ich doch bauen, ja, ne? Dann kannst du noch ein Dorf bauen Wenn du noch Ressourcen hast Ja Ja, ja, ja So, das kann ja alles weg hier Doch, jetzt geht's auch wieder Ballert wahrscheinlich gleich ne Stadt hin Ja, Leben ist das Problem Bei der Stadt brauchst du auch kein Leben Ja, aber er muss ja erstmal ein Dorf bauen Ach, man kann nicht direkt ne Stadt bauen? Ne, du musst erst ein Dorf bauen Und das Dorf kannst du dann zu einer Stadt Ach sooo Wenn du genug Ressourcen hast, kannst du das in einem Zug machen Also erst das Dorf bauen und dann die Stadt Oh, tschau Ja, wie verkackt sind Boi nur noch zu sehen Ah, Mist Ich muss alles geboren Aber du hast doch vier Tür Aber du kannst die doch einfach upgraden Ja, aber ich wollt halt Auf ne weitere Stadt spekuliert Aber egal Okay, jetzt alles nix Mach ich nochmal eine Entwicklung Michi zieht uns die Hosen aus Michi zieht uns die Hosen aus Also von der Entwicklung her ist Michi der Fortgeschrittene Mit Abstand Ich hätte glaube ich schon Fetty machen können Hätte ich die Straße anders gesetzt Wenn du genug Ressourcen für'n Dorf hast Ja Äh, für ne Stadt hast Dann ja Dann hättest du geworfen Ich hatte jetzt zwei Legos Und hier hab ich überall die Straße weggehauen Wenn er 15 Karten gehabt hat Joa Okay Das wärs Äh, halt! Du hattest doch grad die 7 gewürfelt Michi Ja, das hab ich doch schon gemacht Ja, mir ein Eisen geklaut Dann muss man jetzt die Hälfte abgeben müssen Ah Ah Ey, muss ich das denn nicht Wenn ich das selber würfel Ne, 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 ne Jeder Spieler Äh Alle Spieler, die mehr als Genau, würfelt ein Spieler Wer in der Reihe ist Sieben, so hält er keine Rohstoffe träge Alle Spieler, die mehr als 7 Rohstoffe besitzen Müssen die Hälfte ihrer Rohstoffe ablegen Ach so Ich dachte die Hälfte an den anderen Spieler Ne, 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 ne Also du hat das Das hast du gebaut Das hast du gebaut Bei Karten hat er ja schon gekriegt Durch, äh Durch den Dieb Weil einmal hat er Und dann nochmal Ja, dann Also mal zurück So Okay Dieb hast du dahin gesetzt Dann hast du ein Eisen von Palte geklaut Das bleibt hier Ja, genau Das kommt hier hin Und äh Jetzt musst du so viele Ressourcen wegpacken Wie viele hast du jetzt? 14, oder? Die Entwicklung ist auch wieder weg, ne? Die Entwicklung Ja, die kommt auch erstmal weg Hast die schon angeguckt? Hast du das Eisen gerade von den Vorräten gezogen? Ne, 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 ja Weil Michi hatte das Eisen ja weggepackt Er hat sich ja eine Entwicklung gekauft Deswegen Ach so, okay Er beraubt dich ja und kriegt dann anschließend das Eisen Alles klar Wie viele Karten hast du jetzt auf der Hand und liegen hier? Also hier liegen 6? Äh, 7 auf der Hand 6 und 7 Ne, 8 8 auf der Hand 8 auf der Hand Dann hast du 14 Karten, dann musst du jetzt 7 Karten wegpacken Egal, was? Also von den, äh, von den Ressourcen-Karten halt, ne? Die Entwicklungskarten zählen halt nicht dazu Also die hier, die kannst du halt auch weglegen, ne? Oder halt behalten Die kann er auch weglegen Ups Was hast du denn? Ok, also das ist wieder das Balticher Einmal Holz Ne, ne, das kriegst du erst anschließend dazu Das hast du noch gar nicht Erstmal musst du wegpacken Ah, dann nehm ich halt hier 5 5 6 Ja, fangen wir so 97 Dann kriegst du die hier zurück Dann kannst du dich schon mal alle auf Hand nehmen Halte mich sortieren das schnell auf den Storbel Ja, das ist auch noch deine Falte Ähm, nicht hier Die haben mich verkackt Bin schon wieder auf Bei mir hat ne Storbel-Spring grad von 300 gehabt Oh, jetzt ist wieder normal, ein kleiner Ausraster Oh man, die Folge zieht sich in uns endlich Auf jeden Fall Ich hab mich schon gefreut, dass sie vorbei ist Ach nein Nein Nein, es geht doch weiter Wir müssen weiter leiden Ja ok, also ich bau ne Straße, ne Mhm Dann bau deine Straße, wo setzt du sie hin Die, äh Die hin Mhm Dann bau ich auch noch mal ne Siedlung Nicht das? Ja So Gut, war's noch so was? Nee, das wär's Mehr kann ich nicht machen Gut Dann L L Fünf Yay, Holz Ja, richtig weiter hier, Mensch Ich kann nichts machen, Lose-Oppse Ja Bitte Bitte Ich kann nichts machen, Lose-Oppse Ja Nix Nix Okay, dann bist du auch noch Also ich würd's lieben, gern, aber ich hab vier Holz Eine neun Ach, hat man schon lange, selber Ey, das ist unglaublich, ne Ich krieg schon hier genau die Karten, die ich brauch Jetzt kriegst du sogar drei Jetzt krieg ich meine Ritterkarte Stimmt, es sind sogar drei Drei Getreide, ey Drei Getreide, ey Hast du ein Getreide? Jo Jo Da ist es Nein, es ist ein Eisen Ah, Mist Ja, ich braucht Ja, ich brauch Eisen Du brauchst ein Schaf-Oppen Du brauchst Eisen gegen Getreide? Ja, gegen Eisen Zwei Getreide? Ja, geil Zwei Getreide gegen ein Eisen Ja, das muss ich sogar machen Recht, würdest du machen? Zwei Getreide mach ich, ja Okay Aber dann kauf ich mir jetzt noch ne Entwicklungskarte Ach nee, das ist falsch Ja Und dann ist Tubbles dran So Samma? Drei? Ja, drei Ich bin ein Getreide Dein Holz So, dann ist Michi dran Soll ich für dich würfeln? Ich? Ja, warte. Ja. Michi's Wurf, ich bin nicht schuld daran. Eine 6. 6 ist Holz und Getreide. 2 Getreide und ein Holz. Ja, eigentlich brauchst du gar nicht mehr ziehen, weil... Du brauchst ne Stadt. Boah, mit dem Dorf ne Stadt und hab dann 10 Punkte. Jo, dann hat michi gewonnen. Wie sieht's beim Rest aus? Scheiße. Habt du eine Entwicklungskarte? Ich hab mein Holz. Mein Holz hatste. Ich hab ne Ritterkarte. Ich hätte mit den Dörfern 3 Punkte. Läuft Tabels. Läuft bei dir. Ja, ich hab mit den Dörfern 4. Durch die Straße 6. Und mit der Universität hab ich 7. Alter. 7, echt? Ja. Knapp, ne? Obwohl ich dachte, die setzt hier oben ne Straße hin. Hier. Die längste Straße gehabt. Von hier unten so rum und dann hier so rum. Ja, wenn das statt dem hier hin gesetzt hätte... Ne, da hätte doch hier oben noch eine gefehlt. Ja, also so oder so hätte eine gefehlt. Ja, hier und da. Ja, aber... Hätte er ja auch andersrum machen können. Ja, konnte ich ja nicht. Ne, ich meine, du hättest jetzt statt der Straße... Also, wenn du jetzt sowieso noch 2 gehabt hättest, dann zählt das hier einmal einen Bogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei dem Kreis zählt das natürlich. Ja, aber ich hab ja nur eine gebaut, nicht 2. Ja, warum auch? War ja noch nicht nötig. Ne, ich konnte auch keine weitere bauen, deswegen. Ja, war doch eigentlich ganz lustig. Ja. Ja. Heftig, heftig. Auf jeden Fall. Ja, keine Schnitte gegen mich, egal. Ich weiß nicht, wie Getreide und Eise ist. Ja. Ja. Ja, alle Ressourcen sind ungefähr gleich, das ist schon gut ausbalanciert. Also jetzt vom Wert her war jetzt... In einem Endgame ist es mehr Eisen, aber am Anfang, wenn du Holz und Lehm hast, dann bist du natürlich immer, ne? Ja, aber auch gerade durch die Entwicklungskarten war Michi ziemlich heftig dabei. Ja, klar. Weil Schafe hat man hinterher geschmissen bekommen und ja... Auch wieder mit Getreide und Eisen, so, ne? Ja. Gut, bei Tabel, wie gesagt, ich hab ja schon... Ja, ich hab ja schon überlegt an mich, das war noch nicht so... Das war halt so richtig RIP, weil, äh, am Anfang ist es halt echt wichtig, dass du die Dreier-Felder hast, damit du möglichst viel Ressourcen kriegst. Ja. Ich hab ja schon überlegt, ob ich dann vielleicht... Äh, ich hätte mich halt, glaub ich, hier hinsetzen können. Naja, das hätte nicht getan, aber... Ne, das Dorf war noch nicht da. Ne, doch, das hat Palte schon. Das war das erste, was Palte gebaut hatte, diese beiden Dörfer hat er gebaut, ja. Ja. Den Hafen war dann erst später erschlossen. Ja. 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 Ja, Palte was aber auch stand rein mit deinen vier Dörfern, ne? Naja, naja, es ging. Also ich mein, du hättest noch eine Straße gesetzt, dann hättest du von mir die längste Handelsstraße gehabt und wärst bei sechs Punkten, ne? Ja. Hätt ich noch eine Stadt machen können, wär ich bei sieben, aber dann... Ich hätte es schon wieder schlecht ausgesehen. Ja, gut. Dann haben wir das auch. Ja. Ja. Nehmt mal bitte den Table, ich darf dafür. Ja, liebe Leute, ich hoffe ihr hattet Spaß, je nachdem wann das Video kommt, entweder guten Rutsch oder frohes Neues. Tschüss. 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 Au. Verdammt. Tschüss. Tschüss. Schutosbad. Vielen Dank.